Mir wurden 60 Sekunden gegeben, um Ihnen etwas über Service Departments im smarten Quartier Jena Lobeda zu erzählen. Und 5 Sekunden sind schon vorbei, also schauen wir doch gleich mal rein. Wenn ein Patient aus der Klinik entlassen wird, benötigt er manchmal trotzdem weitere Hilfe und besondere Unterstützung für den weiteren Heilungsprozess. Doch nicht jeder Patient hat zu Hause die richtige Ausstattung, um schnell wieder gesund zu werden. Und hier kommen die Service Departments im smarten Quartier Jena Lobeda ins Spiel. Unsere smarten Apartments sind barrierefrei, ausgestattet mit smarten Lösungen für den Alltag und medizinischen Hilfsmitteln. Patienten erhalten mit den Service Departments eine wertvolle Lösung, um ihre Nachversorgung und medizinische Überwachung auch nach dem Aufenthalt in der Klinik smart zu gestalten. Und jetzt habe ich sogar noch 5 Sekunden übrig, dann nutze ich die Zeit doch für ein... Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.